Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 von Towns in der zweiten Staffel. Ja, Spielstand ist geladen und da geht's wieder los. Ja, letztes Mal sind da von unten welche hochgekommen. Haben wir die schon alle besiegt? Weiß ich jetzt gar nicht. Sieht wohl so aus. Ich sehe gerade keinen, der da kämpft. Und ja, gut, läuft. Okay, was wir am Problem haben, ist, dass wir hier irgendwie die Happiness wieder nicht hochkriegen. Kennen wir schon das Problem aus der letzten Runde. Oh, 15. Das ist nicht gut. Ja, da ist sie gestorben, ne? So, dann haben wir nur noch 30, ne? Kommen wir näher schneller dran. Ja, wie sieht's aus? Hier ist die Holzproduktion erlarmt. Können wir aber gerade mal hier was neu machen. Ah, da kommt sogar tatsächlich einer gerade mit einem Holzklotz und baut den da drauf, ne? Äh, ja. Ja, gut geklappt, ne? Shift hast du nicht gedrückt. Kommen wir mal so, 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 so. Diesen auch und den auch und den auch. Okay. Hier ist es ein bisschen schwer jetzt gerade zu sehen, wie weit es ist, aber wird schon passend sein, oder? Jetzt sind sie auch alle hier wieder dabei am Arbeiten. Also, okay, da ist das Dach schon fast fertig. Gut, dann machen wir hier noch eine Reihe dran, ne? Ne, ne, dürfen wir das schon, ne, dürfen wir noch nicht. Machen wir erstmal nur bis dahin eine Reihe. Und bis dahin dürfen wir auch und bis dahin dürfen wir natürlich auch. Da ist noch ausgewählt, ja. So, hier ist das dann passend mit dem Gang, ne? Da können dann Zimmer da oben auch gemacht werden. Gut. Zimmer sind natürlich... Ein größer, ne? Habe ich die doch schon gemacht, oder? Ja, vier mal vier. Nicht mehr so klein, sondern schon ein größer. In der Hoffnung, dass es dann auch noch wird. Gut, wir hatten das Steinlager letztes Mal voll. Das heißt, wir können hier auch noch steintechnisch was machen. Dann gehen wir doch da mal hin und machen hier auch steintechnisch was. Ah, das passt schon, ja, das passt schon. So. Und so. Und von da nach da geht ja dann auch. Genauso wie diese auch schon gehen. Und wenn wir schon dabei sind, warum nicht dieses auch fertig machen? Gut. Ja. Das ist nur die Frage. Doch, hier kommen sie nachher hoch. Ist da hinten irgendwo was, wo sie drauf sprengen können? Nicht wirklich. Ah, durch die Fenster können sie auf jeden Fall irgendwie dahin. Wird schon klappen. Gut. Getreide hier, das läuft gut. Wie man sieht, da können wir auch schon nachpflanzen. Da und da. Und dort bis dort passt. Und hier können wir auch schon wahrscheinlich was weg machen. Und hier können wir alles hin, oder? Cutbreed. Da auch. Da auch. Sollte funktionieren, ne? Gucken, ob das hier irgendwie klappt. Dass das Getreide gleich weg ist. So. So. So, und den war es das, glaube ich, oder? Sieht, da ist noch einer. Den können wir auch noch weg machen. So, es sind genug da. Und hier wird auch schon umgewandelt. Das sieht doch gut aus. Happiness 17. Toll, von 30. Ja. Das letzte Getreide wächst auch überall. Da geht's auch schon. Gut. Den haben wir schon. Ja. Gut. Das wird da also weniger. Hier wird's mehr. Momentan sieht's so aus, als ob wir da noch eine Reihe mehr haben müssen. Ja, die Reihen sind kürzer, ne? Wie hier. Die waren länger. Mal schauen, dass wir das hinkriegen. Wird aber klappen, denke ich. Hier war noch ein Cutbreed. Und der auch noch. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. Die wachsen gerade alle groß. Ja. Auch Humus. Hier sind auch noch welche. Ja, da ist das gleich hier vorbei mit den Feldern. Umwandeln. Hier, die letzten zwei können wir auch noch wegmachen. Sieht soweit gut aus, ne? Ja. So, da klappt alles, was ich mir so vorgestellt habe. Sind sie hier schon am Arbeiten? Oh, guck mal, hier machen sie auch schon die neuen Felder. Und ich hoffe, dass es dann ein bisschen besser mit dem Essen ist, weil der Weg dann kürzer ist, ne? Oh, hier hängt alles voller Obst. Also, wusch. Einmal abernten, bitte. Gut. Hatte ich das schon gemacht, hier das Getreide? Ich glaube nicht, das war daneben die Reihe schon, ne? Also geklappt. Macht einen ganz guten Eindruck hier. Wie sieht es hier oben aus? Hm, hier eher weniger. Da könnte mehr passieren. Und hier vorne ist was hingekommen. Wie sieht es mit den Steinen aus? Okay, da ist einer hingekommen. Und da keiner. Doch, da sind auch welche hingekommen. Und hier auch. Okay, die Arbeit wird geteilt. Und die Helden sind hier gerade am Futtern. Oder der Held. Happiness ist aber gerade mal 12. Das ist ja ganz schlecht, ne? Ja, müssen wir hier noch wieder weiter daran erarbeiten, dass das hier wegkommt. Der auch abschneiden, bitte. Die sind alle auserwählt. Sieht gut aus, oder? Das ist gerade fertig geworden. Jo. Ach, die holen gerade Äpfel oder pflücken gerade Äpfel. Alles klar. Sieht ganz gut aus. Tja. Hier wird der Weg kürzer vom Essen machen. Da haben wir 14. Das ist 5 Brote da. 15 Äpfel zur Zeit. Und 27 Birnen. Das ist reichlich. Tja. Machen wir weiter. Hier sind noch zwei fertig gewachsen. Können wir auch abschneiden. Da ist auch noch einer. Und der auch noch. Genauso wie die drei auch. Kommt's vor, als ob der blaue Rand immer weg ist, ne? Dass der da irgendwie abgemacht wird, ha? Ja, jetzt sind sie alle mit der Äpfel beschäftigt. Ich finde, es ist 15. Der hat Hunger. Der geht jetzt laufen. Jetzt sieht's gerade nicht so aus, als ob's hier vorne geht. So, hier ist alles prima. Wie sieht das hier aus? Ne, das war gerade falsch geklickt. Hier unten müssten wir klicken, aber das sind alle auf einer Seite. Oder wie sehe ich das? Naja, wird schon werden. Der ist auch gewachsen. Da vorne wird der erste schon mal flach gemacht. Ah, jetzt kommen auch mehrere. Die Äpfel sind fast alle geerntet. Oder wie sehe ich das? Und da ist einer nachgepflanzt worden. Und da auch, und da auch. Das ist ja doof. Habe ich das falsch? Ja, ist nicht Cutweed richtig, sondern Harvestweed ist richtig, oder was? So was doof ist aber auch. Ich war ziemlich von überzeugt, dass es Harvest nicht ist, sondern Cut ist. Hier ist ja genug angepflanzt, ne? Gut. Dann müssen wir jetzt mehr. Ne, guck mal, der ist jetzt da weggemacht worden, richtig. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, der passt, der andere nicht. Ja, wer wird's wissen? Keiner, ne? Hm. Herrlich. Ja, Getreideproduktion ist jetzt hier verlagert. Haben wir nur drei Brote in der Kiste. 113 Bieren und 75 Äpfel. So, der ist weg. Ja, das sieht schön aus. Klarabend für den Obstsalat. Entschuldigung. Wie sieht's hier aus? Ich glaub, da ist nichts passiert. Und hier unten beim Holz genauso wenig. So was. Hier, jetzt wird das nächste abgemacht. Kollektiv. Ah, da wird sogar umgewandelt. Und er hat einen neuen gepflanzt. Da ist er weg. Da ist ein neuer gepflanzt. Tja. Sind wir zu spät dran gewesen, dass die Automatik das hier gemacht hat, oder was? Hm. Hm. Okay. Wird schon werden. So, der letzte wird auch abgearbeitet. Und gleich wieder was hingepflanzt. Schön, ne? Passt also nicht. Naja, okay. Oh, da ist was dazugekommen, Einstein. Gucken wir mal gerade in den Keller, wie es da so ist. Haben wir noch Grabstellen frei? Ja, ist noch. Äh, ja, kerzenten. Hm, schwierig. Hier können mal ein paar hingestellt werden. Passiert aber auch nicht. Genauso wie hier. Na, hier ist noch gar nichts vorbereitet. Ah, ich glaube, da in der Ecke müsste eine hin, ne? Komm, zack. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kerze. Da liegt ein Stein. Hm. Ne, liegt kein Stein. Kann nicht sein. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das würde bedeuten, da muss auch einer hin sein. Ja. Da muss auch einer hin. Drei. Dann wäre da ja auch einer. Sieht aber so aus, als ob die da irgendwo stehen muss. Na, wir werden es sehen. Oder irgendwo hier verzählt, ha? Sieht so aus wie verzählt. Der hier wahrscheinlich. Will ich jetzt gar nicht wissen. Gut, okay. Weiter unten mal vorbeigeschaut. Krula haben wir genug gefunden schon. Das ist auch schon mal was. Da ist ein Held, der durch die Gegend läuft. Der könnte mal da reinlaufen und danach gucken, wer da noch wohnt. Aha. Da hat er auch genug zu kämpfen. Passt dann schon, ne? Hier geht noch ein Gang rein. Okay. Hier haben wir noch ein Lager im Keller gemacht. Tja. Komm, dann können wir auch komplett so wegreißen. Dann haben wir einen großen Raum da. Ja, zack. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.